Hey du blödes Skelett man lass mich in Ruhe nein 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 ja jetzt darf ich mal dran ich darf mich ausrüsten wenn ich fertig bin kannst du noch mehr ausrüsten ja lass mir bloß eisen übrig ich will jetzt auch mal nur schienballschoner auch mal dran wenn ich so hier vor zehn eisen solchen mit zehn eisen eisentastische sachen machen so und jetzt noch die schiechen dann läuft die schiechen ach nee da kommt ja noch ins geland äh im küfer da bis la zu die gold ich glaube da ist ein zombie spawner das redstone äh rotes gold ja rotgold kennst du nicht da da machen sie ihr gold zu geld mit briefgold ich habe über 13 euro gekriegt über 300 euro gekriegt für meinen alten schmuck machen wir den zum wieder recht dann kann ich hier weiter ausleuchten gehen ok warte rechtsklick entfernen ein papierkorb geht nicht lässt sich nicht im papierkorb ziehen ich glaube die datei ist zu groß um den papierkorb zu schieben die musst du glaube ich direkt löschen in slime kill the slime machen kaputt brauchst du hilfe killflubber mit dem papierkrieg wir sind in einer höhle was erwartet du wie habe ich immer hunger alter voll der fresssack du wirst noch fett du hast mein bogen ich habe auch feile aber kein bogen gib sie mir dann töten wir zusammen sepp und da hast du auch ein bogen die heute mein bogen ist verzaubert plötzlich peter seitdem jetzt schon wieder hin was zur hölle jetzt muss das Video gesperrt werden jetzt schaltet sich die GEMA ein nein da kam Musik drin vor sperrt dieses Video nein du musst einfach nur sagen GEMA wir lieben dich und dann denk dich boah wir sind drin vorgekommen jetzt sperren wir nix mehr wir sind Fame Alter da ist dunkel der Winnie der Winnie kommst du hier mit ins dunkle ja wollen wir kuscheln oh ne das will keiner sehen neben Eisen und Kohle hier ist dunkle Höhle dunkle Höhle hab ich immer Angst vor allein dabei zu gehen komm sepp wir gehen dunkeln okay uuuuuh ich hab da keine Fackeln mehr hier ist Lapis Lazuli Eisen hier ist Ende aber geht noch einmal weiter runter aber ist hell Ende vielleicht wegen Lava weiß ich nicht ja da ist Lava und wo Lava ist ist man echt auch tot Gold genau was ist da dann auch aber du vergisst da Gold hier ach Gold was willst du mit Gold goldene Äpfel für Pferde das hat man auch ohne oh guck mal hier ist Obsidian ja aber goldene Äpfel haben wirklich ne krass krass hohe Wahrscheinlichkeit voll krasser Scheiß und so voll krass bist du jetzt zur Lava runter gegangen? ja zur Lava runter? ja dann komm ich jetzt auf den Moment hier ist voll viel Obsidian und Creeper und Kohle aber schon genug Diamanten für äh Dings ich bin ja spiegsacke der ist gerade explodiert äh ich nicht oh ich hab einen Creeper gefunden alter wo bist du dann weiter lang gegangen? ich seh dich doch ja wo bist du denn? er guck dir diesen Camper an so da bist du diesen miesen Camper wo ist der? oh mein Gott ich wurde angestupst komm mal hier hoch ich bin gleich schwer da Leute guck dir diesen Camper an ok feuer in der hole ja ja wir bemerken dich nicht wow 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 oh alter ups das war vorsehen mach das nie mehr wieder das hätte das Trolling des Todes werden können Alter so viel Kohle warum hast du das Wasser kaputt gemacht? wann wollen wir eigentlich mal wieder an die Oberfläche gehen? geh wieder scheiß auf scheiß auf Sonnenlicht ich brauch Wasser ich brauch Wasser hier ich brauch ganz schnell Wasser hier zu spät ist schon weg warte ich helf die andere weite das ist gut ich wollte eigentlich das Eisen da holen ok die Lava ist tief Lava ist tief? ja weil der Kies fällt ziemlich tief ok ich brauch Steine oder so weil dann können wir uns da rüber bauen weil da hinten scheint es noch weiter zu gehen ey Steine sind voll selten hier ja ich weiß ich kann dir hier 15 schon mal hinschmeißen toll die Hälfte fällt mir in die Lava hier kommen wir zum Obsidian hier sind 15 Stück wo ist der Pair? äh der wurde doch angeschubst der ist doch gleich wieder da achso oh mein lol zombie ich bin wieder da baby oh oh mein Gott hab ich was verpasst? ja 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 wir hätten grad fast das Tronning des Todes erlebt oh oh so viel Kohle oh meine Beine ich kann nicht mehr sitzen aber ich glaub gleich haben wir erstmal genügend Materialien für das erste zwar keine wertvollen so wie Diamanten oder so aber wir haben wenigstens schon was oh shit da ist ein Enderman mini hinter dir da Campt'n Creeper da Campt'n Creeper obwohl ich hab Bock auf einen Enderman ich bin dabei Enderman Leute ist das schon gut pass auf hier Campt'n Creeper oh ich hab ich hab die Enderperle wo Campt'n Creeper hier unten in dem Wasser der steht in der Strömung irgendwo in der Ecke über den Wolken ich glaub der steht hier ne warte wo steht der da steht er da steht er da steht er komm SKELEETTEN oh oh Gold oh Gold ok komm lass mal weiter gehen mach den leuchtenden dann hier ist Eisen ich mach mir auch noch ein paar Fackeln immer in Zweiergruppen vorgehen Leute immer in Zweiergruppen immer Hand in Hand oh hier gehts schön weit runter ja bei mir grad auch aber warte ich komm zu dir zurück ich brauche nur noch kurz das Eisen ab ja ich warte mal auf dich oh jump and run wie bestanden das ist nämlich grad ein bisschen gut Eisen ich suche jetzt erstmal unsere Hütte wieder so dann musst du hier dann ja ich kann ja noch 4 Pfeile geben wenn du willst bl 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 achso ich bin hier runter gefallen sollen wir erst geradeaus oder hier runter erst äh runter 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 hui ok zweite Sache wo sind Winnie und Seth tja das sollt ihr gerne wissen wa ja au ein Zombie kommt mir entgegenweil in Unterhose ich glaubs nicht oh mein Gott bei mir hat er wenigstens ne vernünftige Hose an bei mir auch aber nur so ne nur so ne Unterhose wow dann ist das wirklich so ne richtige Türen wer klopft an meine Türen ein Mini-Zombie Arschloch Winnie wo bist du ich bau grad Eisen ab Kohle lässt du einfach so überall rumliegen Kohle ist jetzt erstmal unwichtig ja ok pass auf aber hier das Eisen Niklas du Trottel Niklas wieso das war doch über dir und nicht über mir ja aber du bist da schon vorher durchgegangen nein ich bin hier so lang ich war nicht drunter äh drüber doch drunter drüber geh weiter runter oh nein da ist gefährlich da ist gefährlich ja vor allen Dingen wenn man hier die ganze Zeit ein Zombie hinter sich oh mein Gott der hat keine Augen mehr der arme Junge oh mein Gott ey da kommt noch ein Zombie entgegen oh der ist eine Art Gliederrüstung oder so oh Karotte ich hab ne Karotte läuft aufbewahren bewahrt die Karotte auf rettet sie ich seh ein Pear und einen Niklas Namen ich seh die ganze Zeit Zombies die bei uns rein wollen aber hier waren wir schon beziehungsweise ähm aber schauen wir da hinten da hinten da kommt sogar ein Küper entgegen Alter ach die Leute sehen ja gar nichts wo seid ihr eigentlich die armen Zuschauer werden blind geführt wir machen grad äh Tag in den Höhlen wo denn genau äh weiß ich gar nicht genau äh x oder x ich glaub das bricht hier zu verstehen ich schieß mal das Skelett in die Lava bitte Sepp wo bist du ähm warte wo ist das denn? ah bei dir? mhm steht da grad so schön mhm steht da grad so schön moment und tschüss und tschüss ja nice shot ey der geht sogar wieder hoch boah ich dacht da wären Diamanten aber es ist nur Eisen bleibt cool es sind nur Eisen egal Eisen Eisen ist gut Eisen ist teuer ok gib mal Koordinaten durch ähm ok warte 45 48 ach du meine ja 13 und 100 und minus 116 glaub ich weiß 116 ja da befinden wir uns gerade haben wir uns gerade befunden wir haben uns heute hier versammelt um Gedenken an die Kripa zu tun seitdem Prozent die zurückgegangen über den Lava-See oder weitergegangen äh weitergegangen wo 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 als what ne was Wo bist du? Ich bin hier. Toll. Ich bin hier. Beste Aussage. Beste Aussage ever. Ich bin hier. Beste Aussage ever. Ich bin hier. Manchmal könnte ich dich eh schlagen. Ich will dich nicht sehen. Warte ich komme sofort und hol dich. I don't like you. Geh aus. Kusch. Kusch. Weg. Zurück ins Körbchen. Bist du gerade gegangen? Weil er gesagt hat geh aus. Ja die da war. Warte wo bist du Peer? In der Schlucht. Hier. Komm mal zurück zum Haupt. Erstmal muss ich hier das Sklepp schütteln. Basislager. Ich höre dich. Hier komm mal mit. Mittag. Warte. Alter hatte ich gerade einen Rückfahr. Lol da kommt noch ein Skelett. Aua. Kommst zurück. Warte wir müssen hier lang. Hier lang. Ich habe hier ein gutes Gefühl. Aber hier ist Redstone und Eisen. Danks. Ich bin tot. Oder. Oder. Nein. Ich komme nicht hoch. Scheiße. Was machst du denn für eine Scheiße? Ach man. Das letzte war so verlockend. Ich bin tot. 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 Untertitelung des ZDF, 2020